Ich möchte noch einmal etwas Großes anfangen, Verantwortung übernehmen, etwas bewirken. Ich möchte noch einmal die Kraft haben, wie damals, als ich jung war. Ist das möglich? Der Glaube war für mich schon immer meine Basis. Das möchte ich gerne weitergeben. Für andere da sein. Projekte der Kirche, zum Beispiel in Afrika, unterstützen. Für Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt weiß ich, es gibt einen Weg. Und ich gehe ihn nicht alleine. Ich fühle mich unterstützt. Ich bin zuversichtlich, dass das Große gelingen kann. Mit einer Testamentsspende an Missio ist es möglich, Großes zu bewirken. Helfen, auch wenn die Zeit für uns gekommen ist, zu gehen. Missio fördert Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Beitrag, damit Menschen in Würde leben können.